Hallo, wir sind Silvia, Conny und Roman und wir zeigen auch heute den Film Campen mit Manuel. Viel Spaß! Vielen Dank. So Kinder, die Ampel ist grün, das heißt wir fahren jetzt weiter. So, siehst du schon einen Campingplatz? Ja, da vorne ist er. Ist er. So. 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 so ich wünsche ihnen viel spaß und kein platz danke danke grüß gott grüß gott also ich sehe sie sind ein taxi wenn sie nur leute aussteigen lassen oder wollen sie zelten oder kämpfen besser gesagt ich will nur leute abgeben ja dann fahren sie rein es kostet nichts rausfahren bitte und wieder hier grüß gott grüß gott sie wollen kämpfen ja wir wollen kämpfen wir haben dies ja nicht so viel platz in dem wir haben sachen neu und so und deswegen haben wir jetzt nicht mehr so viel platz ich bitte sie dass sie gleich gegenüber von der disco sind ja das machen wir gerne bitte eine telefonnummer sagen 0 8 9 9 10 200 20 danke wünsche ihnen viel spaß beim campen ich öffne ihnen jetzt das tor ja danke ich sehe sie ein bisschen Das war's. Das war's. So Kinder, wir fahren jetzt dorthin zur Disco. Und wir können gleich noch die Kinder-Disco spielen. Wir lassen jetzt noch die Frau da rüber. Und das Auto lassen wir auch noch fahren. Und jetzt können wir fahren. Was finden, denke ich? Wollen wir gerade parken? Ja. Okay, dann parken wir gerade. War auch nur ein Spaß. Wir werden natürlich gerade parken. So, dann lasse ich mal eine linke. Ja. Und so ein Schirm raus. Also, was ist Markie, besser gesagt. So. Dann würde ich mir einmal vorschlagen, wir werden, ja, jetzt mal zur Kinder-Disco schauen. Sind schon alle fertig? Ja. 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 So, schauen wir mal, wie spät wir es haben. Ah, 13.58 Uhr, schauen wir mal, was da steht. Schaut mal, 14.00 bis 15.00 Uhr. So, in 2 Minuten beginnt etwas. Wollen wir schauen, was? Spielen. Ja, spielen. Also, ich hoffe, sie lassen uns ran. Entschuldigung. Ja, bitte. Wir würden bitte einmal für das Spielen. Also, können wir unsere Kinder hier spielen? Ja, entweder sie bleiben hier am Campingplatz oder sie bleiben hier. Ich glaube, wir bleiben hier. Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann kommen Sie bitte einmal rein. Jetzt mache ich dann die Tür auf. Die Erwachsenen bitte stimmen, glaube ich, nur da auf die Bank setzen. So. Kinder, ihr habt die Möglichkeit, entweder Menschen ärgerlich nicht zu spielen in groß oder wir haben noch eine Puppe. Die Band beginnt an zu spielen. Okay, also dann Spielts mal Schön Und ja Ich wünsche euch Viel Ja Spaß Ich bin blau Ja, ich wollte eh rot sein So, ich werde jetzt Fotos schießen Beginnst du? Ja, ich beginne jetzt Also dann fahre nochmal runter Und Rauf Huuuuh Hast du ein Foto gemacht? Ja, natürlich Glaubst du, ich mache kein Foto? Könnte ja sein Weißt du, wie es unseren Kindern geht? Ja, also Anna ist Das ist Also will er ins Zelt reingehen Und was macht eigentlich Matthias? Ah, er kommt gerade von Mitzi zurück Eins um Weit fahren Was soll daran das Coole sein? Na eben Eben Der Lupin Also Salto Ja, ich bin Ja, ich bin Pass auf! Pass auf! Wieso? Das ist nicht was du machst! Du machst einen Salto! Und der ist schon weit weg von der... Ja, weiß ich! Bist du jetzt zufrieden? Du bist ja fast so... wie meine... Mutter! Die hat immer gesagt, Pass auf! Du kannst dich verletzen! Also... Kinder... Die Zeit ist jetzt aus! Es wird langsam schon... 20 Uhr... Und das bedeutet... Dass... Jetzt Kinderdisco kommt! Machen wir jetzt eine Durchsage... Achtung, Achtung! Eine Durchsage! Es beginnt in wenigen Minuten! Die Kinderdisco! Ja, Manuel! Ich habe gewonnen! Ja, würde... Nur noch ein Sechser fehlen! So habe ich keinen Sechser hinbekommen! Dann hätte... Ich gewonnen! Nicht du! Ja, so ist das nun mal! Wenn man auf Mensch Ärger redet! Nicht... Nicht... Ja... Also... Die Kinderdisco beginnt... Gleich... Kinder, wollt ihr noch bei der Kinderdisco sein? Ja... Ja... Achtung, Achtung! Eine Durchsage! Alle Kinder, die wollen bitte zur Kinderdisco! Du kannst doch auch hier verkleiden! Ja, ich liebe verkleiden! Ich habe Brot! Juhu! Gelb! Meine Lieblingsfarbe! Und sogar eine Mütze! Eine Viertelstunde später... ...hat sich die Kinderdisco... ...voll gefüllt! So Kinder! Wollt ihr es jetzt richtig krachten lassen? Jaaa! Jaaa! Dann geht's jetzt los! Mit der Kinderdisco! Mit der Kinderdisco! Du hast ja auch andere Kinderdisco! Du hast es ja jetzt gesammelt... ...wolltest du machen? Jaaa! Ich bin ja auch damit... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schau! Untertitelung des ZDF, 2020